Themenreihe FreePBX Asterisk Teil 2.2 registrieren am Telekom Deutschlandladen Voice Data Anschluss, früher hieß der All-IP. Das ist ein Update aus dem Jahr 2021 im August und ersetzt den bisherigen Teil 2.2. Herzlich Willkommen! Dieses Video, also der Teil 2.2 dieser Themenreihe, ist ein Update des bisherigen Videos. Die Konfiguration wurde nochmals überarbeitet, gemeinsam mit einem VoIP-Protokoll- und Plattform-Spezialist vom Technischen Service in Rostock. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Kollegen. Und so wurde die Konfiguration optimiert und die möchte ich nun hier in diesem Video auch zur Verfügung stellen. Wenn Sie auch wissen möchten, wie das funktioniert, bleiben Sie einfach dran. Gleich geht's weiter. Was wird benötigt? Um diesen Teil umzusetzen, benötigen wir eine FreePBX, konfiguriert nach Teil 1 und einen Putty SSH-Client. Wir befinden uns hier wieder in der FreePBX-Verwaltungsoberfläche und als erstes müssen wir einige Grundeinstellungen vornehmen. Das machen wir hier unter Einstellungen, unter Asterisk Zip Settings. So, hier gehen wir als erstes mal, damit uns das nicht mit einer Fehlermeldung nachher nervt, in Gen-Zip-Settings und setzen hier bei NAT das Ganze auf Public IP. Und das hat keine Bedeutung weiter, es bringt nur sonst eine Fehlermeldung. Deshalb klicken wir das jetzt einfach an. Wir arbeiten ja sowieso mit PG-Zip. So, jetzt machen wir hier weiter und fangen bei Allgemein-Zip-Einstellungen an. So, da setzen wir hier GIST Settings auf Nein. Hier machen wir folgendes. Jetzt klicken wir einmal auf Netzwerkeinstellungen erkennen. So, jetzt erkennt er hier die eigene Netzwerkeinstellung, das interne Netzwerk und auch die eigene öffentliche IP. Und die löschen wir hier gleich wieder raus. Das interne Netzwerk hier drin lassen wir stehen. So, alles andere kontrollieren wir einfach mal. So, setzen hier G722 an erster Stelle. An zweiter Stelle setzen wir A-Lower. Und alles andere kommt weg. So, damit sind wir hier soweit fertig. Jetzt gehen wir nochmal in Gen-PG-Zip-Settings. Und schauen hier nochmal durch. So, hier das stelle ich eigentlich immer ein. Brauchen wir jetzt für den speziellen Zweck nicht. Aber wenn man später mal eine verschlüsselte Verbindung einrichten will, dann hat man eventuell einen Fehler, weil man das hier vergessen hat einzustellen. So hat man es gleich mit eingestellt. Kann also nicht verkehrt sein. Brauchen wir im Moment allerdings nicht. So, hier haben wir UTP aktiviert. Das ist auch okay. Und damit sind wir hier eigentlich fertig. Dann sagen wir hier Submit. Und einmal Apply Config. Und dann sind die allgemeinen SIP-Einstellungen erledigt. So, nun richten wir den eigentlichen Trunk ein. Wir gehen also in Connectivity, gehen in Hauptleitungen. Hier sagen wir Amtsleitungen hinzufügen. Und wählen hier Gen-PG-Zip-Amtsleitungen hinzufügen. So, hier oben kommt ein allgemeiner Name rein. Ich nehme hier einfach den hier, Telekom All-IP-CSG. Da mache ich sogar mal eine 1, damit wir hinterher mal einen zweiten einrichten können zum Test. So, dann eine Outbound-Caller-ID. Da kommt auch meine Hauptnummer erstmal rein. Maximum Channels. Ich habe zwei. Standardmäßig hat man bei der Telekom zwei. Trage ich also hier ein. Und ansonsten ist hier soweit alles fertig. So, hier müssen noch einige Einstellungen vorgenommen werden. Und zwar aus folgendem Grund. Die Telekom erwartet die Rufnummer immer im internationalen Format. Also plus 49. Die Landervorwahl, die Ortsvorwahl. Und dann die Rufnummer. Wählen können wir Nummern aber in vielen verschiedenen Formaten. Zum Beispiel eine Ortsrufnummer ohne jede Vorwahl. Ein inländisches Ferngespräch mit einer Null der Ortsvorwahl und der eigentlichen Rufnummer. Ein Gespräch ins Ausland mit 00 Ländervorwahl, Ortsvorwahl und eigentlicher Rufnummer. Da gibt es also mehrere Möglichkeiten. Und bevor wir die Nummer weitergeben an die Telekom, muss die hier entsprechend ins internationale Format konvertiert werden. Und das machen wir hier mit diesen Teilpatterns. Andererseits gibt es Nummern, die dürfen aber auch nicht verändert werden. Zum Beispiel die 110 für Polizei. Die muss eben als 110 weitergegeben werden. Da darf keine Vorwahl von dran gesetzt werden. Oder auch andere Sonderrufnummern. All diese Dinge sind hier mit diesen Teilpatterns entsprechend beachtet. Diese Werte können Sie einfach so übernehmen mit einer Ausnahme. Und zwar hier der letzte Eintrag. Hier sehen Sie plus 49 und hier die 5525. Das ist meine Ortsvorwahl. Sie müssen das durch Ihre Ortsvorwahl entsprechend ergänzen. Das heißt also, das dürfen Sie nicht so übernehmen. Hier muss plus 49 Ihre Ortsvorwahl eingetragen werden. Das ist die einzige Änderung, die Sie vornehmen müssen. Ansonsten können Sie das so übernehmen. Weitere Erläuterungen dazu mache ich jetzt hier in diesem Rahmen nicht. Wer verstehen möchte, wie diese Teilpatterns funktionieren, der schaut sich bitte das Video Wie verwendet man Teilpatterns an? Finden Sie in der Playlist zu meiner gesamten Themenreihe. Diese Daten können Sie entweder hier vom Bildschirm abschreiben. Dann halten Sie das Video kurz an. Ich stelle sie aber auch als Textdatei zum Download im zugehörigen Blogbeitrag. Den Link finden Sie unten in der Beschreibung. zur Verfügung. So und als nächstes gehen wir auf PG-SIP-Einstellungen. So hier müssen jetzt die Zugangsdaten rein. Hier muss der User Name rein, was Sie von der Telekom bekommen haben. Also der Telefonie Benutzername. Und es muss rein Ihr persönliches Telefonie Passwort. So nachdem Sie das hier drin haben, dann können Sie hier weitermachen. Der SIP-Server ist tel.t-online.de und den SIP-Server-Port, den müssen Sie freilassen. Das ist wichtig. Hier bleibt vom PSTN stehen und hier bleibt auch UDP stehen. Nun gehen wir in erweitert. So in erweitert schauen wir mal durch, was wir da machen müssen. Da setzen wir das hier auf Ja. Dann verbitten Retry Intervall. Das setzen wir auf 300. Das müssen Sie einfach mechanisch übernehmen. Das sind Werte, die also gemeinsam getestet wurden und mit der Telekom und die so funktionieren halt. So hier setzen wir eine 0. Da setzen wir eine 60. Die steht schon da. Hier setzen wir eine 480. Da eine 10. Und hier haben wir wieder eine 60. Das ist soweit in Ordnung. So dann fahren wir ein Stückchen weiter nach unten. Und kommen hier zum Contact-User. So hier müssen Sie Ihre Telefonnummer eintragen im internationalen Format. Dasselbe müssen Sie nochmal machen bei From-User. Da kommt die auch nochmal rein. Und bei From-Domain kommt wieder rein tel.t-online.de. Und als letztes müssen wir noch ein Parameter setzen. Nämlich den Parameter InbandProgress. Der ist jetzt bei mir schon auf Ja gestellt. Der steht standardmäßig auf Nein. Und den müssen Sie hier auf Ja stellen. Das ist ganz wichtig. Ansonsten hören Sie bei Rufumleitungen kein Audio. So, das Ganze dann mit Absenden und Konfiguration anwenden, Speichern. Und dann gehen wir mal ins Command-Line-Interface. Um zu kontrollieren, ob der Trunk auch registriert ist, melden uns an mit Root und dem im Teil 1 vergebenen Root-Passwort. Wir geben uns jetzt mal ins Command-Line-Interface mit dem Befehl asterisk minus R und 4 mal V. Und geben jetzt mal den Befehl ein. PJ-SIP-Show-Registrations. Und stellen fest, der Trunk ist registriert. So, nun müssen wir zum Testen noch eine Outbound- und eine Inbound-Route einrichten. Und natürlich eine Nebenstelle, mit der wir telefonieren. Wir beginnen mal mit der Nebenstelle. Gehen also hier auf Nebenstellen. Sagen Nebenstelle hinzufügen. Und sagen neue Gen PJ-SIP Nebenstelle hinzufügen. Das geht für unseren Test ganz einfach. Ich gebe eine Nebenstellennummer ein, unter der die Nebenstelle erreichbar ist. Als Bezeichnung gebe ich jetzt auch mal die Nummer ein. Und als Kennwort gebe ich einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 ein. Jetzt zum Test reicht das aus. Ich empfehle natürlich immer, im Produktivbetrieb sichere Kennwörter zu verwenden. Am besten auch die, die von der FreePBX gleich vorgeschlagen werden. So, eine kleine Einstellung machen wir hier noch. Das ist wichtig. Wir müssen hier Send RPID, also Send in P-Asserted-Identity-Header, müssen wir auf Nein stellen. So, nun sagen wir einmal Absenden. Und Konfiguration anwenden. Und dann ist die Nebenstelle auch schon angelegt. So, nun machen wir weiter mit der Inbound-Route. Und zwar, hier gebe ich erstmal ganz einfach ein, wieder Telekom All-IP. Und mache wieder Bindestrich 1. So, dann haben wir dieselbe Bezeichnung wie der Drunk. Und da haben wir eine logische Beziehung. So, als Nummer, die ankommt, müssen wir die eigene Telefonnummer im internationalen Format angeben, die wir auch schon im Drunk konfiguriert haben. So, ansonsten müssen wir hier das Ziel natürlich einstellen. Der eingehende Ruf soll von hier aus auf unsere Nebenstelle gehen. Was anderes haben wir ja auch im Moment nicht konfiguriert, wo wir ihn hinschicken können. Und jetzt sagen wir Absenden. Und dann gehen wir gleich noch in die Outbound-Route. Die machen wir uns für unseren Test ganz einfach. Hier sage ich Alle. Das heißt, alle Gespräche von allen Nebenstellen sollen durchgelassen werden. Über diesen Drunk. Einen anderen haben wir ja auch nicht hier. Und als Dial-Patterns, damit auch alle Nummern durchgehen, setze ich einfach hier mal einen Punkt rein. Und dann ist das Ganze auch schon konfiguriert. So, und jetzt wollen wir das Ganze testen. Hier haben wir also wieder mein Owner-Lite. Und hier habe ich mein Handy. So, das Owner-Lite müssen wir noch kurz registrieren. Sie sehen also hier, ich habe hier meine Nebenstelle 60, mein Kennwort und den Authentifizierungsnamen auch 60 bereits voreingetragen. Das Server mit der 65 steht hier auch schon drin. Ich sage nur noch registrieren und speichere das jetzt ab. Und dann ist meine Nebenstelle registriert. Funktioniert also. So, hier habe ich jetzt mein Handy. Und nun werde ich von der Nebenstelle aus mal mein Handy anrufen und sehen, ob es klingelt und ob wir was hören. So, klingeln tut es. Dann gehen wir mal dran. Eins, eins, eins. Ja, es funktioniert also. Man hört auch was. So, dann werde ich das Gespräch jetzt mal abbrechen hier. Und werde den Ruf mal in umgekehrte Richtung machen, um zu schauen, ob das auch funktioniert. So, klingeln tut es. Eins, eins, eins. Ja, und Sie hören, es funktioniert auch wieder. Telefonie und Ruf in beide Richtungen klappt. Also, jetzt hat man aber mehrere Rufnummern beim Telekom Voice Data Anschluss im Standard 3. Manche buchen ja sogar noch welche dazu. Und jetzt muss man noch betrachten, wie man unter den anderen Rufnummern erreichbar sein kann, wie man das einrichtet und vor allen Dingen auch, wie man es einrichtet, dass man auch die anderen Rufnummern bei Bedarf als abgehende Rufnummern verwenden kann. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Also erstmal grundsätzlich will man andere Rufnummern benutzen, egal ob eingehend oder ausgehend, muss man für diese Rufnummern einen eigenen Trunk, eine eigene Hauptleitung anlegen. Das ist jetzt relativ einfach, wenn man die erste eingerichtet hat. Man klickt nämlich einfach auf die Konfiguration der ersten Hauptleitung und sagt hier duplizieren. Und dann kann man die wenigen Anpassungen entsprechend vornehmen. So, da gehen wir mal rein in den Trunk. Als erstes nehmen wir hier mal die Bezeichnung. Da habe ich den ersten Trunk als 1 bezeichnet. Hier sagen wir CSG All-IP 2. So, hier muss jetzt die andere Telefonnummer rein. Die wollen wir auch gleich mal hier rein kopieren. So, das ist einmal die neue Telefonnummer. Dann brauchen wir hier unter PJ-SIP-Einstellungen, hier ebenfalls unter Username, die neue Telefonnummer im internationalen Format. Das Passwort bleibt das alte. Hier bleibt auch alles stehen. Wir gehen dann nur noch auf Erweitert und tragen die zweite Telefonnummer dann noch einmal im internationalen Format unter Contact User ein und einmal unter From User. So, und damit ist die Konfiguration auch schon erledigt. Wir sagen noch einmal Absenden. Einmal Konfiguration anwenden. Und jetzt überprüfen wir als nächstes mal, ob der Trunk registriert. Dazu gehen wir wieder in unser Terminal-Fenster, in unser Command-Line-Interface von der FreePBX. Rufen noch einmal den Befehl PJ-SIP-Show-Registrations auf und schauen, jetzt sind beide Trunks registriert. So, um jetzt zu telefonieren, brauchen wir natürlich noch eine andere Inbound-Route. So, dann lege ich hier eine zweite Inbound-Route an, sage hier wieder Telekom All-IP 2 mache ich jetzt raus. Hier kommt wieder die Telefonnummer im internationalen Format rein und das Ganze müssen wir jetzt wieder auf ein Ziel schicken. Da haben wir ja im Moment nur die Nebenstelle 60 und da schicken wir den eingehenden Anruf drauf. Eine Einstellung müssen wir jetzt noch unter Erweitert vornehmen. Und zwar müssen wir hier Fonds Answer auf Ja setzen, denn sonst hört der Anrufer keinen Klingelton. Dann Absenden, Konfiguration anwenden und dann ist die Inbound-Route erledigt. Bei der Outbound-Route machen wir es uns jetzt ganz einfach. Wir benutzen einfach die, die wir schon haben und sagen, die ausgehenden Gespräche lässt du jetzt mal nicht über diesen Trunk rausgehen, sondern die lässt du jetzt über den zweiten Trunk mit der zweiten Nummer rausgehen. Und damit müsste auch die andere Nummer als Absendernummer erscheinen. Denn der Trunk, über den der Ruf rausgeht, entscheidet, welche Nummer der Angerufene in seinem Display sieht. So, hier sagen wir Absenden. Einmal Konfiguration anwenden. Und fertig. So, wenn Sie späterhin diese Nummern parallel verwenden wollen, dann müssen Sie hier mehrere Outbound-Routen einrichten und über die Dial-Patterns entsprechend steuern, welche Nebenstelle über welche Route hinaus telefoniert. Wie gesagt, dazu verweise ich nochmal auf mein Video, wie verwendet man Dial-Patterns. Beziehungsweise, falls Sie damit nicht zurechtkommen, biete ich Ihnen auch gerne meine Dienstleistungen an. So, aber nun wollen wir das Ganze mal testen. Dazu haben wir hier wieder mein Handy und mein Phonolight. Und jetzt machen wir mal einen Anruf auf mein Handy und schauen mal, ob das mit der neuen Nummer ankommt. Die neue Nummer hatte am Ende ja die 72 und nicht die 85. Jetzt müsste also hier irgendwas mit der Endnummer 72 ankommen. Ja, und Sie sehen, funktioniert. Eins, eins, eins. Das funktioniert. Und wir machen die Gegenprobe. Da klingelt es auch. Eins, eins, eins. Und in die andere Richtung funktioniert es auch. So, zum Schluss wollen wir nochmal testen, ob das auch mit den Rufumleitungen klappt. Dazu verfahre ich wie folgt. Ich habe also ein zweites Mobilgerät. Von diesem zweiten Mobilgerät rufe ich jetzt hier in der FreePBX an. Nach 10 bis 15 Sekunden soll dann die automatische Rufumleitung anspringen, die das Gespräch weiterleitet, auf mein Handy. Und somit müsste ich dann über das Handy einen Kontakt zu meinem anderen Mobilgerät haben. Und man müsste natürlich logischerweise auch einen Ton hören. Um das Ganze abzubilden, muss ich noch einige Konfigurationsschritte ausführen. Die will ich hier kurz erläutern, damit Sie das nachvollziehen können. Ich habe also hier mir ein sogenanntes MISC Destination eingerichtet. Da gucken wir mal rein. Das ist also hier mein Handy und meine Handyrufnummer. Und darauf verzweige ich dann, falls das Gespräch nicht abgenommen wird, hier in meiner Nebenstelle. Da gehe ich einfach in die Konfiguration meiner Nebenstelle 60, begebe mich hier auf den Reiter erweitert, fahre ganz nach unten. Und hier unten habe ich Destinations, optionale Destinations. Und dann, wenn keine Antwort erfolgt, das heißt, wenn der Ruf nicht angenommen wird, dann schicke ich das auf die MISC Destination und auf mein Handy. Muss ich nur das Timeout abwarten, das ist standardmäßig 15 bis 20 Sekunden in der FreePBX. So habe ich es auch belassen. Und jetzt werden wir mal schauen, ob das Ganze entsprechend funktioniert. Dazu hole ich mir mal hier die Nebenstelle hoch und ich hole mir hier mein Handy wieder hoch. So, und jetzt wähle ich mal vom zweiten Mobilgerät die FreePBX an. So, Sie sehen, der Ruf geht ein. Jetzt müssen wir die 15 bis 20 Sekunden abwarten, bis die Rufumleitung anspringt. Und dann sollte es weitergeleitet werden auf das Handy. So, jetzt geht die Rufweiterleitung an. Der Ruf geht ein. Sie sehen hier die Telefonnummer von der FreePBX. Ich nehme mal an. Ich halte mal näher ans Mikrofon. Eins, eins, eins. Ja, und Sie sehen, also die Rufumleitung funktioniert auf diese Art und Weise auch. Damit ist die Konfiguration abgeschlossen. Ich hoffe, dieses Video führt auch Sie zur erfolgreichen Konfiguration Ihres Telekom Voice Data Anschlusses. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann bitte ich Sie wie immer um einen Daumen hoch. Und ich würde mich auch freuen, wenn Sie ein Abo für meinen Kanal hinterlassen. Ich verabschiede mich für heute. Danke, tschüss und auf Wiedersehen. Musik MÄH 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 Tschüss MÄH Vielen Dank.